Gegen Ende des Jahres 2024 durchläuft eine außergewöhnliche Veränderung das Gefüge unserer Existenz. Die alte 3D-Realität mit ihren dichten Begrenzungen und Illusionen löst sich allmählich auf. An ihrer Stelle entsteht eine höhere Frequenz, die fünfte Dimension. Dies ist nicht nur ein Perspektivwechsel, sondern ein tiefgreifendes energetisches Erwachen, das jeden von uns dazu aufruft, in ein Reich aufzusteigen, in dem sich Zeit, Raum und sogar unser eigenes Selbstverständnis in etwas Weitaus Größeres und Göttlicheres verwandeln. Viele von Ihnen haben diese Veränderung vielleicht bereits gespürt. Vielleicht haben Sie eine Vertiefung Ihrer Intuition bemerkt, jene Momente, in denen Sie einfach ohne Grund wissen. Oder vielleicht sind Ihre Träume lebendiger geworden, Ihre Gedanken tiefgründiger, als würden Sie sich auf eine Weisheit einstimmen, die weit über das Gewöhnliche hinausgeht. Dies sind die Zeichen Ihres persönlichen Erwachens. Sie sind ein Flüstern aus dem Universum, das Sie dazu anleitet, über den Schleier des Physischen hinauszugehen und sich mit den subtileren, fließenderen Bereichen der fünften Dimension auszurichten. In diesem heiligen Raum wird die Zeit weniger starr. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen miteinander und die Begrenzungen der materiellen Welt verlieren allmählich ihren Halt. Hier, im Herzen dieses Wandels, versammeln sich aufgestiegene Meister und Lichtwesen, deren Präsenz mit jedem Augenblick stärker wird. Diese kosmischen Führer waren schon immer bei uns, aber jetzt sind ihre Stimmen klarer und ihre Botschaften dringlicher. Sie sind hier, um uns dabei zu helfen, den schweren Mantel veralteter Überzeugungen abzuwerfen, jene einschränkenden Erzählungen, die uns an die alte Erde binden. Sie erinnern uns daran, dass wir weit mehr sind, als man uns glauben machen wollte, dass unsere göttliche Essenz bereit ist, vollständig verwirklicht zu werden. Diese Führung wird uns nicht nur angeboten, sie wird durch Ströme kosmischer Energie in uns eingegossen und erweckt schlafende Teile unseres Wesens. Wenn wir diese höheren Frequenzen integrieren, beginnen wir, über das Physische hinaus zu sehen. Unsere Verbindung zum Universum wird stärker und erinnert uns an das komplexe Netz aus Energie, das uns mit allem und jedem verbindet. Es ist eine Reise der Wiederentdeckung, der Erinnerung daran, dass das Licht, das wir im Außen suchen, bereits hell in uns brennt. In diesen Zeiten des beschleunigten Wandels sind die Zeichen des Aufstiegs überall zu sehen. Sie manifestieren sich als Synchronicitäten, als innere Klarheit, als plötzliche Erkenntnisblitze, die scheinbar aus dem Nichts auftauchen. Und auch wenn der Weg manchmal entmutigend erscheinen mag, voller Herausforderungen, alte Muster loszulassen und sich den eigenen Schatten zu stellen, ist dies der Reinigungsprozess, der zur Transzendenz führt. Wir sind aufgerufen, dieser Reise zu vertrauen und genau auf die subtilen Botschaften zu hören, die jetzt unsere Träume, unsere Meditationen und sogar die ruhigen Momente dazwischen durchdringen. Wenn wir das Alte loslassen, schaffen wir Raum für das Neue, eine neue Erde, ein neues Bewusstsein und eine neue Art des Seins. Die fünfte Dimension ist kein entfernter Ort, sie ist ein Bewusstseinszustand, und wir sind eingeladen, jetzt vollständig in sie einzutauchen. Dies ist die kosmische Verschiebung von 2024 eine Zeit des Erwachens, eine Zeit des Aufstiegs, eine Zeit, in der wir die höchste Version unserer Selbst werden. Während wir in die letzten Monate des Jahres 2024 eintreten, erreichen die uns umgebenden kosmischen Energien ihren Höhepunkt. Oktober, November und Dezember markieren einen kritischen Zeitpunkt, eine Zeit, in der sich die persönliche und kollektive Transformation intensiviert und uns auf den großen Aufstieg in die fünfte Dimension zutreibt. Diese Monate sind nicht nur gewöhnliche Übergänge im Kalender, sie stellen eine entscheidende Periode der spirituellen Evolution dar, in der sich die Energien des Universums ausrichten, um uns durch den tiefgreifendsten Wandel unseres Lebens zu führen. Die Energie der Vollendung, die wir erleben, ist eng mit der Zahl 9 verbunden, einem heiligen Symbol für Enden und Neuanfänge. 9 steht für das Schließen alter Zyklen, den Höhepunkt gelernter Lektionen und die Vorbereitung auf einen höheren, besser ausgerichteten spirituellen Weg. Sie fordert uns auf, alles loszulassen, was unserer Reise nicht mehr dient, veraltete Gewohnheiten, anhaltende Zweifel und die Echos vergangener Leben, die immer noch auf unserer Seele lasten. Bei dieser Loslösung geht es nicht nur darum, loszulassen, es geht darum, Raum für etwas viel Größeres zu schaffen, etwas, das mit der Frequenz der fünften Dimension übereinstimmt. In diesen letzten Monaten arbeiten die kosmischen Kräfte unermüdlich daran, unser Wachstum zu unterstützen, sowohl individuell als auch kollektiv. Wir werden gebeten, über den Weg nachzudenken, den wir bisher zurückgelegt haben, die Herausforderungen, denen wir uns gestellt haben, zu würdigen und die gewonnene Weisheit anzunehmen. Dies ist eine Zeit der tiefen Selbstbeobachtung, in der wir in uns hineinschauen müssen, um zu verstehen, wozu wir berufen sind. Der Weg nach vorne ist ein Weg des Lichts, aber um ihn vollständig zu beschreiten, müssen wir zuerst die Schatten, die noch in uns wohnen, anerkennen und umwandeln. Die Transformation geht noch tiefer und reicht bis in die Grundstruktur unseres Seins. Die kosmischen Frequenzen, die die Erde umspülen, aktivieren ruhende Stränge unserer DNA, jene vergessenen Teile von uns, die uraltes Wissen und ungenutztes Potenzial in sich tragen. Diese Aktivierung weckt Fähigkeiten, die lange Zeit in uns geschlummert haben. Viele erleben jetzt eine gesteigerte Intuition, eine fast telepathische Verbindung zu den Energien um sie herum. Andere erhaschen flüchtige Einblicke in alternative Realitäten, Momente, in denen die Zeit zu verschwimmen scheint und die Grenzen unserer bekannten Welt sich aufzulösen beginnen. Diese gesteigerten Fähigkeiten sind keine bloßen Zufälle oder flüchtigen Erfahrungen. Sie sind Zeichen dafür, dass sich unsere DNA, unser innerstes Wesen, weiterentwickelt. Wir wachsen über die Grenzen der 3D-Welt hinaus und bewegen uns in eine umfassendere Wahrnehmung des Lebens, in der wir den Puls des Universums in jedem Moment spüren können. Wenn unsere DNA erwacht, erwacht auch unsere Verbindung zu den höheren Dimensionen, wodurch wir Zugang zu Weisheit und Wissen erhalten, die einst fern oder verborgen schienen. Dies ist die Zeit, um auf die subtilen Veränderungen in ihrem Inneren zu achten, die Veränderungen in der Wahrnehmung der Welt, das wachsende Bewusstsein für ihre innere Kraft und das unbestreitbare Gefühl, Teil von etwas zu sein, das viel größer ist als sie selbst. Während wir uns durch diese letzten Monate des Jahres 2024 bewegen, werden sich die Energien weiter verstärken und uns zu einem besseren Verständnis unserer wahren Natur und der fünften Dimension führen, die uns erwartet. Dies ist eine Zeit mit großem Potenzial. Das Universum ruft uns auf, uns zu erheben, die Veränderungen in uns und um uns herum anzunehmen und mutig in die neue Realität einzutreten, die wir gemeinsam erschaffen. Die fünfte Dimension ist kein weit entferntes Ziel. Sie ist eine Schwingung, ein Erwachen der Seele, und sie ist jetzt in unserer Reichweite. Während wir uns auf den Höhepunkt des Jahres 2024 zu bewegen, verstärken sich die Energien um uns herum und bringen sowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten für eine tiefgreifende Reinigung mit sich. Die Monate bis Dezember werden nicht ohne Prüfungen verlaufen. Es werden persönliche Herausforderungen auftreten, oft in Form von alten Mustern und tiefsitzenden emotionalen Blockaden, die wieder an die Oberfläche kommen. Dies sind keine Strafen, sondern notwendige Prüfungen, die uns reinigen und unsere Seelen auf den großen Aufstieg vorbereiten sollen. Wir werden aufgefordert, uns mit dem zu konfrontieren, was uns nicht mehr dient, und die Bindungen und Überzeugungen loszulassen, die uns in den niederen Frequenzen der 3D-Welt verankert haben. Es ist eine Zeit der tiefen, inneren Reinigung, ein heiliger Prozess, in dem die Alchemie der Seele stattfindet. Diese Herausforderungen mögen sich manchmal überwältigend anfühlen, aber sie sind für unsere Transformation von entscheidender Bedeutung. Jedes Hindernis, dem wir uns stellen, ist eine Gelegenheit zu wachsen, die Last, die wir getragen haben, loszulassen und vollständiger ins Licht zu treten. Durch diese Reinigung bereiten wir uns auf den Aufstieg in die höheren Dimensionen vor, in das 5D-Reich, wo Liebe, Einheit und höheres Bewusstsein auf uns warten. Gleichzeitig werden die Schleier zwischen den Dimensionen immer dünner und geben uns Einblicke in die Geheimnisse anderer Reiche. Diese Verdünnung ermöglicht tiefgreifende Erfahrungen, manche nennen es auch Zeitlinienverschiebungen, bei denen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verschwimmen und sich zu überlappen scheinen. Es ist, als würde die Realität selbst fließend werden, und in diesen Momenten fließt Führung aus unerwarteten und mystischen Quellen. Vielleicht spüren sie die Anwesenheit von Naturgeistern, das Flüstern ihres höheren Selbst oder sogar das Licht von Sternenwesen, die ihre Weisheit anbieten. Diese Wesen, die in höheren Frequenzen leben, sind jetzt näher als je zuvor, strecken ihre Hand aus, um uns durch die Dimensionsverschiebungen zu führen, und bieten Einblicke in den größeren kosmischen Teppich, zu dem wir alle gehören. Achten sie auf diese Zeichen, denn sie sind nicht zufällig. Die Synchronicitäten, denen sie begegnen, die subtilen Stupser der Intuition und die lebendigen Träume, die einen Eindruck in ihrer Seele hinterlassen, sind alles Hinweise darauf, dass sie Führung von jenseits der physischen Ebene erhalten. Die Schleier werden dünner, und dies ist ihre Einladung, sich auf die höheren Schwingungen einzustimmen und sich mit den kosmischen Kräften zu verbinden, die ihren Aufstieg unterstützen. Und dann, wenn wir uns der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2024 nähern, erreichen wir einen Moment von beispielloser Bedeutung, eine kosmische Ausrichtung, bei der die Energien des Universums zusammenlaufen und ein mächtiges Portal öffnen. Diese Sonnenwende markiert einen entscheidenden Punkt auf unserer Reise, an dem die längste Nacht des Jahres der Rückkehr des Lichts weicht, sowohl metaphorisch als auch buchstäblich. An diesem Tag wird ein göttlicher Energiefluss in unsere Welt strömen und tiefgreifende Heilung und Einheit bringen. Dies ist eine Zeit der kosmischen Wiedergeburt, in der das Alte vollständig aufgelöst wird und das Neue mit Klarheit und Zielstrebigkeit entsteht. Das Portal der Sonnenwende ist nicht nur ein Moment der Besinnung, sondern ein Tor zu einem höheren Seinszustand, in dem wir die Chance erhalten, uns wieder mit unserem wahren Wesen zu verbinden und uns voll und ganz auf unseren göttlichen Weg zu begeben. Es ist ein Moment der Einheit, nicht nur mit anderen, sondern mit dem Kosmos selbst. Die Energie dieser Ausrichtung bringt uns näher an das Herz der Schöpfung, an die reinste Form der Existenz, wo wir Heilung auf allen Ebenen erfahren können, körperlich, emotional und spirituell. Während wir am Rande dieses tiefgreifenden Wandels stehen, stellt uns das Universum eine letzte Frage, sind wir bereit, diese neue Realität anzunehmen? Die Wintersonnenwende im Dezember ist nicht nur ein Datum im Kalender, sondern ein kosmisches Ereignis, das uns dazu aufruft, unser höchstes Potenzial zu erwecken und mit offenem Herzen und klaren Absichten in die fünfte Dimension einzutreten. Der Weg nach vorne ist erleuchtet, und es liegt an uns, in diese neue Morgendämmerung einzutreten. Wir leben in einer Zeit beispielloser Transformation, einer Zeit, in der sich das Wesen unserer Realität unter unseren Füßen verschiebt. Diese Transformation ist jedoch nicht nur physischer Natur, sie ist eine vollständige Neuausrichtung unseres spirituellen und energetischen Wesens. Die alte Welt, die Welt der Begrenzung und Trennung, weicht der neuen Erde. Diese neue Erde ist nicht nur ein Ort, sondern ein Bewusstseinszustand, in dem die Menschheit in einen höheren Zustand der Existenz übergeht. Es ist eine Einladung, sich über die Dichte der 3D-Ebene zu erheben und die Verbundenheit, Liebe und Einheit der fünften Dimension anzunehmen. In dieser Zeit geht es darum, sich wieder auf den kosmischen Fluss auszurichten, unser wahres Selbst wiederzuentdecken und unser göttliches Potenzial zu entfalten. Unsere Seelen sind aufgerufen, sich weiterzuentwickeln, sich daran zu erinnern, wer wir wirklich sind, und die Schichten der Angst und Konditionierung, die uns klein gehalten haben, abzustreifen. Wenn wir uns energetisch neu ausrichten, werden wir in Einklang mit dem Universum gebracht, indem es von Synchronicitäten nur so wimmelt und unsere Verbindung zu allem Leben deutlich wird. Die Transformation der neuen Erde ist da und wartet darauf, dass wir ihre Frequenz verkörpern, um dieses neue Paradigma, das uns mit dem göttlichen Puls des Kosmos in Einklang bringt, vollständig anzunehmen. Gleichzeitig stehen wir unter dem Einfluss mächtiger himmlischer Kräfte. Die Zahl 9, die mit dem Planeten Mars in Resonanz steht, symbolisiert Vollendung, Initiation und den Aufruf zum Handeln. Mars, der Krieger in uns, drängt uns, mutige Schritte nach vorne zu machen, uns den Schatten zu stellen, die uns noch immer anhaften, und uns mutig ins Unbekannte zu begeben. In diesen letzten Monaten wirkt die Sonnenfinsternis in der Waage als himmlischer Katalysator, der diese Energie verstärkt und sowohl die persönliche Entwicklung als auch den kollektiven Aufstiegsprozess beschleunigt. Die Waage, das Zeichen für Gleichgewicht und Harmonie, fordert uns auf, zu untersuchen, wo wir aus dem Gleichgewicht geraten sind, sowohl in uns selbst als auch in unseren Beziehungen zu anderen. Die Sonnenfinsternis verstärkt diesen Prozess und offenbart die Ungleichgewichte, die geheilt werden müssen, und die innere Stärke, die erforderlich ist, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Diese Sonnenfinsternis dient als kosmischer Spiegel, der uns zeigt, was wir loslassen müssen, um aufsteigen zu können. Es ist eine intensive, aber notwendige Reinigung, ein göttlicher Anstoß, der uns dabei hilft, uns von den Mustern der Vergangenheit zu befreien und die transformativen Energien der fünften Dimension anzunehmen. Während wir uns auf den Dezember zubewegen, intensiviert sich die Energie weiter und fordert jeden von uns auf, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Die Zeit ist gekommen, sich zu entscheiden, wollen sie in den Annehmlichkeiten und Illusionen der alten Welt verharren oder wollen sie ins Unbekannte treten, in die transformativen Möglichkeiten, die in der fünften Dimension auf sie warten? Diese Entscheidung ist keine Frage des Intellekts, sondern des Herzens und der Seele. Es ist eine Entscheidung, entweder am Vertrauten festzuhalten oder sich mutig auf das Neue einzulassen, auf den höheren Weg zu vertrauen, der sich vor uns entfaltet. Der Kosmos ruft uns auf, loszulassen, die Bindungen aufzugeben, die uns in alten Paradigmen verwurzelt haben, und darauf zu vertrauen, dass das, was vor uns liegt, größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Dies ist der Moment des Erwachens, in dem wir entscheiden, ob wir weiterhin an die Vergangenheit gebunden bleiben oder uns in das Licht der neuen Erde stürzen wollen. Es ist eine Zeit tiefgreifender Befreiung, in der jede Seele die Möglichkeit erhält, sich mit ihrem Höchsten Selbst auszurichten und die Welt der Liebe, der Einheit und der unendlichen Möglichkeiten, die sich abzeichnet, mitzugestalten. Die Energien sind reif für die Transformation. Das Universum bittet euch, auf das Flüstern eurer Seele zu hören und dem Weg zu folgen, der zu eurer höchsten Evolution führt. Dies ist nicht nur eine Transformation der äußeren Welt, es ist die Transformation der inneren Welt. Die neue Erde winkt, seid ihr bereit, dem Ruf zu folgen? Da wir am Rande dieser tiefgreifenden Transformation stehen, liegt die Entscheidung nun bei euch. Die Energien des Kosmos richten sich aus, die alte Welt verblasst und die fünfte Dimension wartet. Dies ist die Zeit, das loszulassen, was euch nicht mehr dient, das Licht in euch zu umarmen und mutig in die neue Erde zu schreiten. Vertraut auf die Reise, die vor euch liegt, denn sie ist eine Reise der Liebe, der Einheit und der unendlichen Möglichkeiten. Das Universum ruft und eure Seele kennt den Weg. Die Zeit für die Transformation ist jetzt. Werdet ihr den Sprung wagen? Und dann fühlst du das, was ich nicht mehr dient. Untertitelung des ZDF, 2020